Ich habe nicht so viel Wissen über die, aber was ich weiß, ist, dass einige Gelehrten über diese Partei oder diese Leute ein Buch geschrieben haben. Und wenn es jemanden interessiert, dann sollte er sich am besten dieses Buch durchlesen. Und was ich weiß, ist, dass sie nicht die Ahad-Hadith annehmen in manchen Punkten, wie zum Beispiel der Afrida. Und das ist definitiv nicht der Manhaj von Ahl-Sunnah, sondern das steht gegen die Herangehensweise von Ahl-Sunnah.